Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute wieder zur weiteren Folge in der Tutorial-Reihe to DaVinci Resolve. Genau, in dem letzten Video haben wir uns ja angeschaut, wie wir Dateien exportieren können, wie wir sie rendern können und wie wir einfache Animationen innerhalb des Programms hinkriegen. Heute geht es darum, wie wir Textanimationen machen und Effekte zwischen verschiedenen Bildern einfügen. Genau, dazu habe ich einfach mein neuestes Video rausgezogen, was ich noch auf meinem PC rumliegen hatte. Und da habe ich gedacht, dazu, wie ich das zusammen cutte bzw. einfach meine Objekte einfüge, mache ich einfach mal eine Videoreihe zu. Das Ganze ist jetzt natürlich nicht wirklich aufwendig, was ich jetzt gerade mache, da ich jetzt weniger aufwendige Videos dazu habe. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Blaulicht oder Warfunder cutte, dann ist das schon aufwendiger. Genau, braucht es halt somit auch ein bisschen mehr Zeit. Aber für unseren Zweck hier, für mein kleines Auto reinschneiden, Musik unterlegen und einen Übergangseffekt zu erstellen, reicht das hier Ganze aus. Und genau, ich würde sagen, starten wir direkt. Als erstes habe ich mir natürlich hier alles reingezogen. Wenn ihr, wie gesagt, das erste Video verpasst habt, dann geht ihr jetzt oben in die Videobeschreibung, ganz oben drinnen. Habe ich das verlängt, das neue Video. Ist dann jetzt quasi so eine Art Aufbau. Genau, und im Abspann werde ich es auch nochmal einblenden. Ist aber relativ selbsterklärend. Genau. So, wenn wir das jetzt Ganze hier haben, dann haben wir hier alles reingezogen, wie ich ja gesagt hatte. Und jetzt haben wir hier die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, was wir hier machen können. So, hier habe ich jetzt mein Video. Denn er hat mal wieder was Schönes rausgebracht. Da habe ich jetzt hier eine weiche Blende reingemacht. Das geht, wie wir uns mit diesem Ding. Das können wir hier jeweils reinmachen. Servus Leute damit, herzlich. So, das will ich nicht allzu lang machen, ansonsten wird es langweilig. Servus Leute. Bis zum Servus mache ich es. Servus Leute damit. Genau, ich erstelle immer so eine kleine Blende an den Anfang. Das ist einfach ein bisschen. Ja, das hat einfach einen schöneren Übergang. Genau, so. Jetzt haben wir hier unser ganzes Video. In dem möchte ich selber nichts schneiden. Wenn ihr die Druckjewa schneiden wollt, dann empfehle ich euch, wie gesagt, das erste Video anzuschauen. Da habt ihr alle Grundlagen erklärt. Und als nächstes möchte ich hier meine Musik reinziehen. Das heißt, wir nehmen sie von da oben und ziehen sie hier runter in die Audiospur 2. So, das ist eine nur Copyright Musik. Darf ich also frei verwenden. Ich kann sie auch noch mal in der Videobeschreibung hier unten verlinken. Ähm, tue ich übrigens immer unter meinen, ähm, Videos, ähm, dann findet ihr auch die Musik zu meinen, von denen ich meinen Videos benutze viel leichter. So. Ähm, das ist mir jetzt natürlich hier um einiges zu laut. Deshalb, ähm, gehe ich zur Audiospur 2 hier in dem Mixer. Ähm, wie ihr die ganzen Fenster öffnet, habe ich euch ja schon mal gesagt. Ähm. Dann stellen wir hier die, 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 die Audiospur 2 so auf. Ja, 30 ist glaube ich noch zu laut. Ähm, wie können mit der Taste N, obwohl, es geht darüber noch relativ in Skin. Ähm, ja, ich würde sagen, das passt so. 30, 30, minus 30 Dezibel. Ähm. Ähm, also es ist eindeutig leiser wie das Video hier. Äh, wichtig ist halt, dass ihr da mit ein bisschen mit der Musik aufpasst, dass man euch immer noch ganz gut hört. So. Jetzt haben wir, gehen wir hier eben zum Übergang, zum Outro, was ich da reingeschneiden habe. Oder halt reinschneiden, schneiden möchte. So, das machen wir uns jetzt ein bisschen länger. Jetzt will ich hier einen Übergang zwischen den beiden haben. Ja, wir sehen hier, es geht eins von dem anderen über. Ähm, da gibt es eine einfache Möglichkeit, ähm, indem wir es jetzt so machen. Indem wir so einen Bändeneffekt machen. Ja. Ja, und dann, ansonsten, Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Wenn, wenn, wer sowas cool findet, der hat sich jetzt das gemacht, ohne einen Effekt machen zu müssen. Ähm, das geht ganz einfach, indem man einfach das, das aktuelle Video eine Spur oben drauf macht. Und dann einfach die Blende hier rüber zieht. Dann wird das so langsam die Deckkraft auf das Ding genommen. Ich möchte aber einen Effekt reinziehen. Und, um einen Effekt reinziehen zu müssen, ähm, gehe ich hier oben, ne, das war hier, hier oben genau, bei Effects Library. Da klicke ich einmal drauf, um das Fenster hier zu öffnen, von Effects Library. Ähm, genau, und dann gehe ich jetzt auf, ähm, Effekt war es, glaube ich, genau. So. Ne, ne, das war auf Video schon. Genau, auf Video Transitions. So. Ähm, wenn wir hier unten dann im Fenster sind, dann sehen wir, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Hier wird uns auch da auch immer eine Vorschau geboten. Also, wir könnten jetzt zum Beispiel den Effekt hier haben, wo wir sehen, dass es von einem Bild so auf das andere verblasst. Ähm, wir haben hier wirklich eine große Auswahl an Effekten, die wir hier haben. Ja. Wir können uns gerne mal raussuchen, was uns gefällt. Das sind so die Diesel-Low-Effekte, hier ein Smooth-Cut und so. Ähm, dann haben wir hier so ein bisschen standardmäßiges Zeug mit so Kreuzen, Augen und so weiter und so weiter. Hier haben wir Motions mit so Bannern, die wegfahren und so. Ähm, ist mir aber jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen zu langweilig. Also, ihr seht, da kann man echt viel machen. Ähm, das ist ähnlich wie PowerPoint, da haben wir ja auch so viele Effekte. Aber wir haben hier bei Fusion Transitions, ähm, da haben wir viele Effekte, die wir benutzen können. Einmal diesen Blend-Effekt, wir haben eine Art Camera Shake. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, vorspielen mir gerade irgendwie nicht funktionieren. Ah, doch jetzt. Das rüttelt so ein Ding. Hier haben wir Kreise, die so aufploppen und dann das nächste Bild zeigen. Wir haben Crash-Zooms, das geht hier so rein. So, da können wir uns echt austoben, was wir hier haben wollen. Ähm, indem wir halt rüberfahren können, wir die Zeit quasi, bis das Effekt ist. Dann haben wir so einen Ball drunter und wir haben hier Filmstreifen. Wir haben hier ein 3D, also dass das Bild sich einmal dreht. Wir haben einen Foreground Strip, also das ist so ein Balken, der durchfährt. Wir haben einen Glitch. Wir haben echt viel, was wir da machen können. Ähm, und das geht halt sehr lang weiter. Ich glaube, hier hört es genau auf. Hier haben wir so ein bisschen feuerartiges Zeug. Ähm. Was war das hier? Ja, keine Ahnung. So, wir haben hier einen Kreis. Das ist ein bisschen das selber-Effekt quasi hier. Dass das andere Bild so ein bisschen ober- und rüberfährt. Wir haben hier Slide-Pash. Wir haben Round-Down. Ähm, ihr seht, da hat gerade mal echt viel rumspielen. Ähm. Es gibt mega viele Effekte hier. Und da könnt ihr euch austoben. So, wenn ihr uns dann jetzt einen Effekt gefunden habt. Ich nehme jetzt für meinen Fall... Hm, jetzt hängt es kurz. Hilfe. Willst du dich bitte? Äh, wieder nicht. Oh, bitte. Ähm. So, jetzt hat es sich wieder im Griff. So, ähm. Hier habe ich jetzt zum Beispiel den... Den finde ich eigentlich ganz geil. So, den packen wir dann und tun ihn dann über unsere Videostelle ziehen. So, jetzt haben wir das folgende Problem. Wir sehen, wir können es nicht über die beiden Effekte ziehen, sondern nur auf einer Seite. Das stört uns jetzt natürlich. Sowas wollen wir natürlich nicht. So, das liegt jetzt allerdings daran, ähm, dass es da quasi der Effekt nicht genug Videomaterial hat, ähm, um den Effekt auszuspielen. Das bedeutet, ähm, das hier, das soll ja alles gezeigt werden. Der Effekt sagt sich aber, ich möchte hier, äh, ich brauche ein bisschen Videofrequenz, um das zu zeigen. Ich kann aber, ich finde hier hinten ein Stück, da ist er zu Ende. Da finde ich aber keine Videofrequenzen zum Nehmen. Das passiert auch wirklich immer wieder am Anfang, wenn er sagt, am Anfang finde ich keine Videofrequenz, ähm, die ich für meine Animation brauche. Ähm, dann tut er es quasi rauslöschen, können wir jetzt so sagen. Oder halt nicht rauslöschen, er kann halt nur in diese eine Seite eingesetzt werden, das sieht blöd aus. Das heißt, wir gehen hier mit meinem Video ein bisschen hinten raus. Wir haben da jetzt ein bisschen Puffer geschaffen. Und jetzt können wir uns jetzt sehr bequem rüberziehen. Genau, so. So, wenn wir uns jetzt den Effekt auswählen und wir das Bild drücken. Das ist jetzt ein kleiner Vorfälle-Effekt. So, muss ein bisschen verarbeiten, rausrennen. Kowski, bis zum nächsten Mal. Oh ja. So, jetzt sehen wir aber, hä, komisch, äh, da geht mir viel zu schnell der Effekt. Da müssen wir doch was machen. So, ähm, hier oben, wenn wir auf den raufklicken mit diesem Ding, dann wird er hier rot. Und dann öffnet sich hier oben beim Inspektor ein Fenster, das heißt Transition. Hier können wir einstellen, wie viele Sekunden, beziehungsweise wie viele Frames es drin sein soll. Und ich sag jetzt mal, es soll, hallo, zwei Sekunden brauchen. Das heißt, ah, jetzt will er hier nur auf 1,7, klar, weil, 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 weil ihm dann wieder Bildmaterial nach hinten rausfällt. Aber 1,7 ist meiner Meinung nach auch eine gute Einstellung. So, das geht jetzt nicht schnell genug. Und, genau, dann halte ich das so wahrscheinlich. So, da hätten wir schon mal einen Effekt reingezogen. Das könnt ihr übrigens bei jedem beliebigen so machen. So. Dann, ähm, möchte ich einen Titel reinmachen. Dazu gehen wir ebenfalls bei Effects Library, gehen wir hier nur auf Toolbox Titel. So, ähm, und da haben wir wieder einige vordefinierte Titel, die wir nehmen können. Wir können uns hier einen Standardtitel reinziehen, der hat keinerlei Animation. Wir sehen hier, wir können Standardtitel reinnehmen. Ähm, genau, wir können aber auch animierte Texte reinnehmen. Und die haben alle ihre eigene Animationen. Die sind alle schon gemacht. Da brauchen wir nicht viel rummachen. Ähm, das sind auch quasi Texteffekte. Ähm, und da gibt es auch einiges. Hier haben wir einen digitalen Glitch. Also, da gibt es echt sehr viel, den wir uns ausprobieren können. Da wählen wir uns ebenfalls jetzt einfach eine Textart aus. Ähm, ich nehme jetzt Jitter. Das ist meiner Meinung nach ein ganz guter Texteffekt. Wir können aber uns natürlich auch hier oben einen ganz normalen nehmen. Der ist halt dann nur nicht animiert. Und wir können entweder die Animierung dann selber machen. Oder, ja, wir können sie auch so lassen. So. Jetzt, ähm, keine Ahnung, was will ich da reinschreiben? Ähm. Ich schreibe da jetzt rein, weil es zum Video passt. Download in der Videobeschreibung. So. Haben wir ja das Problem quasi, dass es jetzt viel zu groß ist. Ja, wir sehen, das ist einfach riesig. So. Ähm. Ähm. Um das anzupassen, können wir jetzt erstmal hier Enter drücken. Ähm. Müssen wir aber nicht unbedingt, weil wir können auch hier die Größe anpassen. Hier unten beiseite ist ja ein Regler. Den können wir entweder mit Zahlen hier hinten bearbeiten. Oder, ähm. Genau. Den Punkt hier traue ich nicht zu erklären. Ähm. Wenn doch, dann geht er einfach wieder ins erste Video. Da habe ich es erklärt, was man diesen Punkt auf sich hat. Damit können wir also animieren den Ding auch. Ähm. Die Größe quasi, ähm. Das will ich jetzt hier aber nicht nochmal in Einzelheiten erklären müssen. Ähm. Wir können hier es enger beieinander machen. Ich finde. Ups. Jetzt ist das komplett raus. Egal. Dann machen wir es halt nochmal von vorne. Ups. 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 So. Link in der Videobeschreibung. So. Dann machen wir das Ganze nochmal von vorne. Ziehen wir uns erstmal ein bisschen kleiner. So. Und hier bei dem, beim Line Spacing können wir eben, ähm, hier, hm, was kann man da mit? Kann man, ah, ja, genau. Hier. Können wir jetzt quasi sagen, wie weit sollen die, äh, Zeilen jeweils auseinander sein. Und hier beim Tracking können wir sagen, wie weit sollen die Buchstaben auseinander sein. So. Hier können wir die Schriftart ändern. Ihr seht, ähm, wie im ganz normalen PowerPoint könnt ihr hier die Schriftart ändern. Das hat jetzt nicht groß was auf sich. Wenn eine Schriftart nicht genommen werden kann, dann geht das einfach nicht. Ähm, wenn ihr euch quasi eine neue Schriftart, äh, installieren wollt, dann könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Dann erkläre ich euch, wie ihr euch auch neue Schriftarten installieren könnt. So. Jetzt will ich eben noch die, ähm, Position, so in der Mitte gefällt's mir nicht. Ähm, das heißt, wir ziehen das Ganze mal, äh, ich will es jetzt nicht nach Linkspapieren, sondern eher nach oben. Das war das andere hier. Link in der Videobeschreibung. Ich ziehe es jetzt über meinen, meinen Sprinter. Ähm, genau. Jetzt möchte ich aber noch, dass es ein bisschen reingezoomt wird. Das heißt, ich mache hier Dynamics Zoom an. Das heißt, jetzt wird es automatisch, ähm, hier hineingezoomt. So, jetzt hängt es wieder kurz, muss ich wieder kurz laden. Gönnen wir ihm die Zeit. So, jetzt hat's geladen. Ähm, genau. Und wenn wir das dann haben, dann, ähm, ja. Äh, will ich jetzt noch, dass sich das Bild hier bewegt. Da mache ich also auch hier den Dynamics Zoom rein. Ähm, wir können hier noch eine Einstellung bei Dynamics Zoom sagen, ob es aus, heraus, heraus oder so. So, in welche Richtung sich der Zoom bewegen soll. Ähm, genau. Jetzt wollte ich mir noch das Subscribe hier rein, äh, ziehen. Ähm. Genau. Das machen wir auch noch kurz. So, ziehen sie uns bis dahin den Rand. Da, ich mache da jetzt keine Dinge. Ich ziehe mir das jetzt auch wieder kleiner. Okay, oben bei Zoom. So. Dann ziehe ich es mir in die Ecke. Da ist ein bisschen wieder größer. So, dann bin ich doch ein bisschen zu klein. Ziehe es hier runter. Genau. So. Und bei dem mache ich auch den Dynamics Zoom rein. Dann bewegt sich halt einfach alles so ein bisschen hier in dem Auto. Genau. Wir haben jetzt ihren Effekt drin. Wir haben hier eine, äh, animierte Text. Und wir haben hier einen Subscribe-Button, der sich heraus bewegt. Genau. Wir können den Text hier natürlich noch länger ziehen. Das ist alles kein Problem. Wenn es jetzt leicht ruckelt, es liegt daran einfach, dass es rendern muss. Ihr seht hier immer, wenn es, wenn es, wenn es gerade noch nicht rendert hat, dann seht ihr immer, dass hier oben ein roter Balken drüber ist. Genau. So. Dann, äh, ja, haben wir es eigentlich soweit. Wir können jetzt noch das Autor an der Musik anpassen. Zoom und so ein Zeug. Aber das, ähm, muss ich euch ja nicht erklären, wie ihr das macht. Das wisst ihr dann selber. Genau. Wir können jetzt hier noch die Musik lauter machen. Fällt mir gerade ein. Vielleicht was ganz cooles. Ähm. Da gehe ich jetzt einfach hier mit meiner Schere an den Rand. So, hier. Da, mit dem, wenn ich die Blatt bei hab, mal lauter muss haben, die Musik. Dann ziehe ich einfach eine, eine Tonschuppe tiefer. Da sind die Einstellungen hier wieder ganz normal. Und dann können wir mal gucken. So, jetzt ist es vielleicht so ruckartig. Oh ja. So, dann können wir hier quasi mit den Dingen, wie bei der Deckkraft können wir hier sagen, wir wollen die Strunkspur hier leiser machen für die Seite. So, das passt also soweit ganz gut. So, wir können auch hier an diesem Punkt rumspielen. Wollen wir da einen Punkt reinmachen, so. So, ähm. Das will ich aber nicht. Mir passt es soweit ganz gut. Genau. Und dann würde ich sagen, sind wir auch soweit erstmal fertig. Dann können wir es exportieren. Wie ihr das macht, habe ich ja euch im ersten Video gezeigt. Wie gesagt, wenn ihr nicht mehr wisst, wie ihr das machen sollt. Dann checkt unbedingt das, äh, erste Video aus. Ähm. Ich hab da auch mal noch die Playlist gepackt. So. Dann, ähm. Beim nächsten Video werden wir mal gucken, was wir da machen. Könnt auch gerne mal Fragen reinschicken, wie ihr was macht in diesem Programm. Ähm. Ich werde darauf dann auch antworten, beziehungsweise ein Video zu machen. So. Dann, Tschüssikowski. Als nächstes werden wir, äh, in Blender eine Wache bauen. Als Tutorial. Ähm. Ein 3D-Modell. Ähm. Zeige ich euch, wie ihr da ein bisschen umgehen könnt. In Blender. Das heißt, auf jeden Fall abonnieren. Ähm. Genau. Und dann würde ich sagen, Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal. Man hört sich. Ciao. Ich bin Mann. Ich bin Mann. Am son. Ich bin Mann. Ich bin Mann.